Ein Suri. Also nicht wirklich, aber ein Suri. Ein Suri? Oder ist Anna nicht wirklich bei uns? Nee, ich bin nicht bei euch. Okay, dachte ich mir. Der Sohn. Na gut. Ja. Vielleicht will ja Kuka gleich streamen, dann kann er Anna zugucken, wenn sie fertig ist. Anna spielt ja jetzt gerade noch. Ah, aber wenn sie fertig ist. Aber jetzt kannst du es doch starten. Zeit. Ich habe noch eine Mitbewohnerin. Ich muss ja meine Bandbreite nicht unnötig auslasten, wenn noch keiner zugucken kann. Ich habe die Warten im Mund geguckt. Ich sehe Augen. Augen und Zunge und Zähne. Ja, ich habe Wund gesehen. Das war so. Ich stelle das nicht so an. Ihr steht doch drauf. Aber wirklich. Aber nicht so. Nee, das, das, das. Was nehme ich noch? Ich nehme die Box. Ich gehe mal auf den neuen Box. Hallo. Hallo. Okay, Donald Johnson und Marc alleine. Und Evan. Heißt er jetzt Donald Johnson oder Marc alleine? Ich gehe einfach dahin, wo noch keiner ist. Ja. Alter, koch nicht so arg. Nicht so. Ach so. Ich bin auf den neuen Geist gespannt. Ich bin immer noch dafür, dass sie endlich mal Maps machen. Ja, neue Maps wären mir sogar wichtiger als Geister, weil die Geister unterscheiden sich jetzt nicht so. Ja, das haben sie auch, aber wenn ich, ähm, es steht drin, dass er mehr interagiert mit Leuten. Mhm. Es steht noch nicht mit was er agiert, nur dass er agiert. Marc alleine, gib mir ein Zeichen. Aber es steht, ähm, Geisterbox schon mal drin. Also, ja. Und anscheinend tut er auch, ähm, Jagden antäuschen oder so. Antäuschen? Ja, irgendwie. Also genau steht's halt nicht, weil ja Sachen ausgegraut sind. Irgendwas mit Initiate oder Imitate stand da, glaube ich. Ja, Mimic macht er. So Mimic, genau. Das ist aber oben und unter Stärke war initiiert, glaube ich. Angriffe oder so. Oh, ich warte einfach, bis er rauskommt und dann passt das. Ja, am Ende punkten jetzt ja sowas. So. Wie heißt er denn jetzt? Donald Johnson. So, nehmen wir doch den. Gib uns ein Zeichen. Donald Johnson, bist du hier? Okay, ist der hier? Achso, äh, tatsächlich, äh, Attack macht er, wenn irgendwas Bestimmtes passiert. Ich hab gar nicht mal nachgelesen, aber das ist halt leider ausgegraut, was die Attacke initiiert. Wahrscheinlich dann wie beim Joker, bei dem's die Stimme ist. Vielleicht ist es dann irgendwas anderes, sowas wie, was weiß ich. Legt ein Kruzifix hin oder so. Räuchern oder so. Ähm, bei mir wurde eine Tür geöffnet, ich glaube, er ist hier. Oh, wo bist du? Äh, wenn du vorm Gebäude stehst rechts. Also A, weil wieder eine Min... B, hast du B-Trackt. Genau. B, äh, A-Track scheint sauber zu sein. Oder? Nee, halt, hier ging gerade eine Tür. Sieg gerade, ich bin die Kümmer auf. War es eine Klack-Klack-Tür oder eine Schieb-Schieb-Tür? Wir sind 13 Grad. Also, ganz... 13 ist kein Indikator. Aber hier hat's geklackt. Also irgendwo ist eine Tür aufgegangen. 11 Grad, 11 Grad, 11 Grad. Okay, du bist im B? Hier, hier oben. Oben. Oben? Äh... Oben B. Oben B? Ah, oben B. Okay, verstehe. Hier, da. Ich hab ab die Zelle gefunden. Hinter der Ecke, wenn du gerade hochkommst, hier sind 10 Grad. Nochmal mal so. Ich guck mal nach vor. Ja, gegen die nächste Tür oder hat das irgendjemand anders aufgemacht? Ich weiß nicht, dass das Licht hier oben angemacht worden ist. Ja, ja, aber ich... Ob würde ich jetzt trotzdem sehen, aber ich seh gerade keinen. Ihr müsstet nur mal... Einer muss mir Licht ausmachen und... Ich bin gerade unten, ich kann mal gerade ausmachen. Ja, aber die anderen zwei müssten weg. Weil der mag ja nur alleine. Oh Gott, das ist Windows 95 hier. Ich mach jetzt erstmal in Ruhe mit, äh, Ob-Ding ins Gucken, also mit Kamera. Danach kannst du gerne mit ihm reden. Ist noch nie aufgefallen, dass das Windows 95 ist auf den Computern hier. Normalerweise steht da mein Name. Bist du hier? Ich leg meinen Scheiß mal hier hin. So. Wo bist du? Ich bin hartnäckig, ich gebe nicht auf. Wo bist du? In den Zellen ist auch Licht an. Soll ich das auch mal ausmachen zur Sicherheit, oder willst du das behalten? Mach das mal aus. Wo bist du? Gut, alles raus. Wo bist du? Wie alt bist du? Wo bist du? Wie alt bist du? Bist du hier? Also mit mir mag er nicht reden. Er hat nur was runtergeschmissen. Oh. Er war nur auf kurz auf sieben. Ja, er hat eine Zahnbürste runtergeschmissen, aber... So, Taschenlampe, Tratschenlampe und ein E-MF. Ich, die durchs Dunkel gelaufen ist und dann das Licht angewacht hat und eine höhere Sennity als alle Leute, die jetzt gerade noch drin waren. Na, was sind noch da draufgekommen? Salz. So, dann bin ich der Diener mit Sachen beworfen. Das hat aber nicht als Event gezählt. Er hat nicht mich, er hat nur mit Sachen runtergeworfen. Das ist okay. Na, EMF hat ja schon jemand dabei, der kann das hier reinlegen. Jo. Ich guck mich oben ein bisschen im EMF um. Also da, wo ich die Box hingeschmissen hab, in der Zelle hat er was runtergeschmissen. Okay, das ist ja schon mal ein guter Indikator, wo wir gucken können. Ich mach auch noch mal erstmal die Lichter an, damit's nicht so viel Sanity kostet. Mhm. Zumindest mal das Licht hier oben. Also ich hab auch ein Salz dabei. Irgendwann, irgendjemand hatte mir das dort geklaut. Hm. So, wo liegt denn die Box? Da liegt die Box. So. Ui. Ich habe beide Dailies tatsächlich mit dem, mit der Killer-Runde geklaut. Wow, nicht schlecht, Anna. Was hattest du zu tun? 180 Sekunden verfolgen, weswegen ich die natürlich extra verfolgt habe, statt immer gleich Nieder zu knoppeln. Ja. Und mit Ghostface und mit Ghostface viermal markieren. Ah. Cool. Deswegen. Ah ja, da hatte ich mal die Kamera. Die eine, die hat mich, hab ich halt ewig lang gejagt, hab ich aber auch hauptsächlich gejagt. Ja, die Atem, haben wir das schon eingetragen? Haben wir das? Oh, Gefrieratet. Nee, ich glaub, die Info ist noch sehr fresh. Hatten wir sonst irgendwas bisher? Machst du mal ein Stream? Jetzt gleich. Oh. Schritte. Ja, er ist auch durch Salz gelaufen. Ja, Schritt haben wir schon mal fotografiert. Gott, wird das gruselig. Ich finde es gut, dass man die jetzt endlich mal gescheit zieht und auch, dass er läuft. Ich hab, ich hab, ich hab durch Zufall, ich hab zufällig eine Tatschenlampe dahin gelegt, deswegen konnten wir die gesehen. Ja, deswegen hab ich jetzt voll verjagt und dachte mir so, was ist das? Aber ich find das voll cool, weil, das passt mich auch zu den Schritten. Also, er macht dann auch diese Schrittgeräusche. Ja. Ja, deswegen dachte ich jetzt, wo kommt der das jetzt her? Zweier EMF nur. Donald Johnson, gib uns ein Zeichen. Okay, also, es fehlt uns nur noch das Event. Äh, das, die Schritte haben nicht als Event gezählt? Nein, er muss mich jetzt nur noch anhauchen oder so, glaub ich. Ah, okay. Genau, anhauchen, erscheinen, anhucken, genau. Hast du schon mit ihm gesprochen? Äh, nee, noch nicht. Jetzt hat's die Gelegenheit, jetzt müsstest du alleine machen. Ja, jetzt ist das Licht noch an, deswegen. Äh, gib mir ein Zeichen, Marc alleine. Marc alleine kann ja das Licht ausmachen, dann ist er ganz allein. Donald Johnson. Ja. Donald Johnson, gib mir ein Zeichen. Er schreibt ins Buch. Er schreibt ins Buch. Mann, Foto, mach ein Foto. Jupp. Gesundheit. Gesundheit. Okay, zweier EMF nur, aber immerhin. Jetzt hat er die Tür zugemacht. Er will mich, glaub ich, nicht in seiner Zelle haben. Hat wenigstens als Event gezählt. Ja. Da steht er noch. Ach. Jupp. So. Mann, hat der eine Nase. So, okay. Schnell das EMF mal noch hinbringen. Also, Dämon, Revenant, Fingerabdrücke, Orb oder EMF. Fingerabdrücke, Orb oder EMF, okay. Äh, Fingerabdrücke wäre der Dämon, oder? Richtig? Was? Ja, Gefrier und Geisterbuch. Okay. Jedes Gefrier war ich mir jetzt gerade... Jedes Gefrier habe ich auch gesehen. Also, ich habe den Atem gesehen. Also, Fingerabdrücke habe ich jetzt schon mehrfach geguckt. Da ist bisher nichts. Hm. Also, wenn wir Fingerabdrücke ausschließen, dann könnte es nur noch ein Revenant oder ein Shade sein. Hm. Ich gucke mal noch in der Zelle nach einem Orb. Vielleicht findet man ja einen. Kamera-Liebe steht da drin auf dem Tisch. Ja. Und einen Orb haben wir ja bisher auch nicht gesehen. Nee, ich gucke gerade... Ich bin mir sicher, dass da eigentlich keiner ist. Ich tendiere auch momentan zu EMF, weil das ist noch etwas dürftig, die Ausbeute. Ja. Die Chance ist noch ganz gut. Ja. Und es wäre dann ein Shade, was... Das ist aber ein recht zeitfreudiger Shade. Ja gut, aber du warst ja auch alleine zu dem Zeitpunkt, als du dich gezeigt hast. Der sich richtig hat. Wobei, hat das nicht nur mit auf die Geisterbox Antworten zu tun oder so? Oder wie ist denn das generell mit diesem Antwortetauf? Also das, ähm, alleine hat nur mit der Box was zu tun. Aber ein Shade ist ja schüchtern. Ja. Der zeigt sich ja nicht, wenn mehrere Menschen da sind. Stimmt. Und er jagt auch nicht, wenn mehrere... Ja, ja, stimmt. Und er hat sich dir ja gezeigt, als du ganz alleine in dem Raum warst. Das ist korrekt. Äh, gib mir ein Zeichen, Donald Johnson. Gucka, wie hast du jetzt fünf Prozent verloren? Oder sieben. Während du bei mir im Raum hier im Van warst. Weil ich nicht bei dir im Van bin, sondern oben im EMF rumlaufe, im Prison. Ah, dann ist das Fuchs... Oh, können wir bitte verschiedene... Donald Johnson, gib uns ein Zeichen. Aber ich vergesse das auch jedes Mal, dass ich ein Mann bin und eigentlich umändern wollte. Sehe ich wenigstens anders aus als... Wo bist du? Weiß ich nicht. Ja, du hast das andere Motto, du hast den anderen. Na dann. Ich hab den hübscheren. Donald Johnson. Das ist eine Geschmacksfrage. Du hast den Bub. Jen hat den Mann. Okay, ich hab den, der mir besser gefällt, hä? Äh. Äh. Zeige dich. Okay, wie wär's damit? Donald Johnson? Zeige dich. Wo bist du? Donald Johnson. Magst du einmal weggehen, falls es ein Shade ist, weil sonst wird auch das EMF nicht auf... Ich hab hier ein... ich hab hier ein Zweier-EMF. Okay. Aber ich kann gerne die Treppe runtergehen, dann kannst du ein bisschen gucken. Ja. Wo ist das noch das Zweier-EMF. Zeige dich. Oh, Long John. Gib uns ein Zeichen. Oh, Long John. Mark. Mark's alleine. Mark's alleine, wo bist du? Er ist denn so dumm. Aber es ist so gut. Ja. Mark. Marki Mark. Mark ist richtig. Oh ne, Johnson. Mark Wahlberg. Oh ne, wir haben alle ihn halt. Ach so, du meinst den? Das ist ja schon mal ein schöner Montagmorgen. Ja, ja. Fühlt sich an wie einer, ne? Wir merken, wir sind alle durch. Aber sowas von, ich bin jetzt schon durch von der Woche. Ich bin auch durch von der Woche. Das ist ein schönes Buch. Oh ja. Und das wird morgen nicht besser. Ne. Du gib mir doch mal ein Zeichen, Junge. Ich hab auch nicht den ganzen Tag Zeit. Aber dass die Tabletten so teuer sind, ey. In welches Buch hat er eigentlich geschrieben? Und das in der Zelle. Was für Tabletten? Ja, ich hab, ähm... Solominen. Solominen für Frauen gekauft. Ah. Vorsorglich mal, weil... Oh. Ja. Ja, zweiter Tag ist immer der fünnste. Hm. Und den hab ich eigentlich morgen. Und wir haben morgen Abend Elternabend. Oh. Ich drücke dir die Daumen, dass du so überstehst. Nimm'n Baseballschläger mit. Deswegen... Für mich oder was? Ja, für die Eltern. Für die Eltern. Scheiß auf die Eltern. Ja, deswegen. Bong, Bong, Bong. Also, ich hätte... Ich hätte grad eine schöne Lehrerstory, die mir eben gerade erzählt worden ist. Oh je. Äh... Der hatte heute richtig Spaß. Willst du... Sollen wir einfach EMF einloggen und fahren, oder? Würde ich sagen. Jo, dann machen wir das so. Klaus, du Bücher? Die gehören mir. Okay. Du hast sie dir ausgeliehen. In der... In der Schulbibliothek, wollte ich grad sagen. In der... 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 Oh, erkennt da jemanden, der darf das. Ich brauche Schreibtretter. Alkohol gibt's hier ja nicht. Gab's hier nicht irgendwo, äh, äh... Donuts? Ja, Donuts gibt's da hinten im, äh... Überwachungsraum. Ich kann mir einen Kaffee holen. Kaffee. Äh. Wir gehen noch Kaffee holen, schnell. Okay. Ich hätte ja den Donut geholt, ja. Ich weiß gar nicht, wo sind denn die Donuts? Ich glaube, entweder oben oder im Besucherraum. Es gibt... Hinten in dem einen Überwachungsraum gibt's einen... Nice. Ein Schwamm. Und du sagst mir jetzt, wo Mom ist, du Schwamm. Wo ist Mom? Wie viel sanity hab ich eigentlich noch? Soll ich was schlucken? Ohohohohohohohohohohohohohoho. Ich schluck am besten zweimal was. Ich hab Kaffee. Ich auch. Cool. Ich hab Fische. Ich hol noch Donut. Ich hab auch Schuhe mit Fischen. das ist dein eigenes buchstaben so immer wieder schön aber man kann den einen gar nicht mitnehmen das ist aber schade ich kann nur die zune packung mitnehmen aber einen kaffee kann ich dann auch noch er von saß gab es dieses gespräch zu kommen gar nicht es war die erste konzert lange das ist irritierend irgendwann auf auf jeder konnten kommt es immer vor dass ich mit anderen auf jeden fall die bekloppte avenger sind voranfangen zu synchronisieren ich habe was zu essen bitteschön hier wir teilen das müssen wir ändern wenn die verpackung sieht aus wie so von einem burger so ein big mac ding ja eigentlich müssten die das echt mal bei fastmo bringen so ein fastfood truck oder so wo du irgendwelchen scheiß kaufen kannst das wäre aber cool dass du deko sachen kaufen kannst für das ganze geld ja das wäre total cool oder zumindest zumindest mal outfits auch kaufen oder so ja sowas wäre auch cool weil mein wir haben jetzt alle über 50.000 geld haben wir hast du nicht 50.000 ja doch ich bin bei 57.000 kann ich ändern kann es sein dass du auch gerade eine freundschaftsanfrage von unserem friendly keller ist es vorhin bekommen was ist frasse ich gucke mal da kommt steam öffne dich ach so weil fuchs eben meinten kennt es ok weil fuchs eben meinte sie kennt es nicht ich habe die avengersyn pro mal reingehauen sehr gut in den schreibt ich habe gestern als ich dann ins bett bin mal mit diesem wort if angefangen ganz lustig bisher die erste folge so ich bin bereit wir sind alle bereit wir sind jen jen du wolltest doch dein model ändern wieso mein model sieht doch jetzt ach so sieht anders aus als ja 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 ich vergesse immer am anfang ja wenn wenn du jetzt jemand bist bin ja auch ein freund von nur damit so ich bin die hässliche genau deswegen habe ich sie nicht genommen weil ich sie nicht schön finde ich glaube natura ist so besser ja ich sehe sie ja selbst nicht also von daher warte zeig mal zeig mal oh ne das ist die asiatin die nehme ich gern ich bin immer die asiatin warum steckt dein kopf in der warte guck mal du musst noch ein stück rüber ich sehe es nicht warte ich gucke mir kann man sich im stream angucken du musst noch ein stück noch ein stück hoch jetzt geh rein da ich glaube du bist zu klein aber du musst ein stück nach vorne nach vorne so ne jetzt bist du zu weit geh noch ein stück nach hinten ja perfekt okay was ist das jetzt ein kunilingus oder so na kurz es ist mir witzig weil es aussieht als wären das meine hände und man sieht ja seine eigenen hände sonst nicht umfassen und das ist eine sehr seltsame first person aber man sieht auch seine hände in vier ach so was haben wir denn für eine schöne sache also zumindest wenn du dinge aufhebst dysp abnehmen gleich une kämpfe briller kramp bril auf k Oh, meine Brille ist dreckig, einen Moment. Oh no. Das ist ein Geist. Kann sowas passieren. Ich finde, das ist sehr hübsch. Gieß mal weiß ich sogar, wie es passiert ist, weil ich mir tatsächlich eben die Nase gekratzt habe und dabei zu weit gerutscht bin mit dem Finger. Oh mein Gott. Was seid ihr da? Vor allem sieht der Hals von Amarok auch so derbe fucking ewig lang aus. Oh mein Gott. Es ist so schön. Es ist so creepy. Es ist... Hier rein, tschüss, bittschüss. Okay. Hallo, ihr seid das Monster. Weißt du, der Geist hat jetzt alles für uns? Dass das Monster hat nichts dafür, dass es so geboren wurde? Donna Jones, zeige dich. Wir wurden so gemacht. Der Knochen ist im Werkraum hier hinten. Ich komme. Erscheinen reicht. Mmh. Ach nee. Das hatte ich vorhin in der... Wir haben ja jetzt in drei Wochen ist ja... Warte, wo bin ich? Und einer von uns hat es halt in der Pornogruppe gepostet und dann meinte ich, kommst du, kommst du auch? Und ich war so, Erscheinen reicht. So war das da. Ja okay, in der Pornogruppe würde ich mir auch Gedanken machen, wie das formuliert ist. Nein, aber das sind ja trotzdem noch normale Leute, die auch ohne Porno überleben können. Aber da war der Witz mit, bitte Erscheinen reicht. Ich dachte, das klappt. Am passendsten. So, was haben wir denn hier? Ah, da so oben. Ist dann oben, zufällig. So oben ist bisher safe. Okay. Da sind 14 Grad und das war jetzt das... Donna something. Donna Jones. Jones. Wo bist du? Wo bist du? Die Frau klingt immer wie ich nach dem Fahrradfahren. Donna Jones, gib uns ein Zeichen. Die Frau klingt wie ich, als ich mich nicht habe, kopfüber da an der Wand hochzukraxeln. Oh, irgendwo habe ich gerade... Pro-Tip, es funktioniert nicht. Ah, vielleicht im Utility... Wo bist du? Vielleicht im Hauswirtschaftsraum? Da war ich gerade drin, zumindest. Kann aber auch durch die Box gewesen sein. Maybe. Ich habe hier aber 3,3. Wie waren denn die Temperaturen hier drin? 15. 15, okay. 14. Wo bist du? Okay. Next to you. Okay, dann ist es hier, okay. Next to you, hat er gesagt. Also irgendwo hier. Dann gucken wir doch mal, ob es den Ort gibt. Aber hier sind nur 16 Grad. Ja. Aber ich habe mit der Temperatur momentan nur Probleme. Ja, die ist echt komisch geworden. Ja, vielleicht damit man die nicht gleich finden kann? Das ist ja okay, aber ich finde, ich habe es teilweise schon gehabt, da habe ich tiefe Atmung gehabt. Und du siehst schon die Wölkchen. Hm. Und das kommt ja mittlerweile auch schon nicht mehr so schnell. Und ich habe immer noch mal... Guckst du noch nach oben, oder was? Ja. Okay. Ja, sicher. Sicher. Also wegen 2 Minuten würde ich noch nicht aufgeben. Oh, er hat irgendwas geworfen? Deine Mutter. Ja, da war schon. Entschuldigung. Also ich fände ihn toll. Ihr Obst nicht. Oh, ich sehe nichts. Ich mache jetzt Licht an. Machen wir wieder aus. Wo bist du? Okay, hier sind zu viele Leute. 21. Wo bist du? Ich wollte nur die Kamera hinstellen. Hier hinten hat aber keiner Licht angemacht. Wo bist du? 13,2. 13,2. Wo bist du? Oh, guck mal. Äh, Jen, komm mal hierher zu mir in diesen Seitenraum. Probier es mal hier. Ich gehe mal gerade raus. Oh, er hat gerade eine Tür geöffnet. Schauen wir wieder. Wo bist du? Mach hinten das Licht noch aus. Hab ich doch schon. Oh, na gut. Dann, gute Arbeit. Wo bist du? Wo bist du? So, das da einmal mit. Das da einmal. Oh. Also hier mit der Tür hat er gespielt. Wo bist du? Hm. Hm. Also ich würde in den Seitenraum gucken, weil da hatte ich Temperaturen unter 13 Grad. Hier im Master Bedroom. Oder nicht der Master Bedroom, sondern der andere. So, da kann man rauh. Äh. Hat mir jemand zugehört? Ja. Ja, ich bin neu. Schreibe ins Buch. Ich will da 14 Grad, 17 Grad. Ah, es ist ganz hinten der Raum, oder? Weird. Oh, wir haben Tatschis. Hast du ein Foto dabei? Ja. Äh. Ah ja. Wo sind die Tatschis denn an der Tür? Ja. Ähm. Ah ja, da ist eine Kamera. Da gibt es das hier noch. Linky Blink. Also kein Orb. Bisher. 5,5, 5,8. Hier hat er eine Bierdose umgeschmissen. Also wir haben Tachi und Box bisher. Phantom oder Poltergeist. Das wäre einmal Dotz oder... Entweder Dotz oder Buch. Ich überprüfe mal meine Theorie. Wo ist sie? Da! War das jetzt Dotz? Ne, das war eine normale Erscheinung. Leider kein Geisterfoto gekriegt. Die war hinter der Tür die Schnalle. Ich erschrecke mich, weil ich gehe ins Haus rein und höre nur... Okay, ich gehe wieder. So eine Cam ist aufgestellt. Okay, Utility Room passt am besten bisher. Dotz. Sie ist gerade durch den Dotz gelaufen. Oh cool, habe ich gar nicht gesehen. Fandomische. Ja, gerade als die Tür aufgegangen ist, ist sie von links nach rechts laufen. Sie macht gerne die Tür auf und zu. Es ist schön, wie auf Twitter die Top Trends sind Hashtag WhatApps Down, Facebook Down und Delete Facebook. Aha. Dann haben Telegram und Snapchat. Okay. Bei mir ist es noch das perfekte Tinder und DHDL. Okay, ein Foto vom Geist haben wir. Jawoll, und sie ist gerade verschwunden. Das ist noch der Absicherungsbeweis für das Symptom. Also, ich gehe hoch wegen 25% und stelle sie mich in eine Ecke und gehe schnell aufs Klo. Okay. Dann komme ich nicht zu dir. Ich suche mir schon ein richtiges Klo im realen Leben. Ach, mach ruhig meinen Witz kaputt, dankeschön. Ja, gerne. Es war mir eine Ehre. Nehm dir Pillen mit? Ja. Das ist eine gute Idee. Nehmen wir diese Junkies. Ja. Ich hab meine schon gefressen. Wer hat den Hasen dahin gelegt? Möglicherweise der Geist? Gehen wir alle in den selben? In den Schrank? Ich weiß nicht, wie er ihm geht. Hinter dem Pappen. Da ist ein Weaveyboard. Uh. Erwischt. Äh. Ne. Tschüss. Ich gehe in die Idee. So, Journal. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass wenn ich jetzt das Weaveyboard benutze, gekillt werde? Nicht so hoch, weil er müsste ja trotzdem erst hierher kommen. Ja. Hast du Weaveyboard oder was? Das könnten wir gleich noch zum Ausgang nehmen und fotografieren. Mach was Licht aus. Wie alt bist du? Du? Oh, lass mich auch fragen. Ich hab so viele Sanity. Mach du. Wie alt bist du? Wie alt bist du? Entweder bist du 60 oder 6. Wo bist du? Junge? So. So. Echt hoffentlich. Au. Entschuldigung. Entschuldigung. Wir haben die Aufgabe erfüllt. Jetzt muss Fuchs dann gleich noch rauskommen. Möchtest du Wewee noch fotografieren? Ja, ich muss gerade nur eine Kamera holen. Die andere Wahl. Ach ja. Boah. So. Foto ruhig, Interaktion. Reacherbrett. Knochen hatten wir auch. Ach ja, wir haben viele Fotos gemacht, sehr schön. Ich nehme mal noch ein zweites Set Pillen. Wir sind draußen, wir sind fertig. Ah okay. Gerade so. Der Geist hat eine kleine Chance anzugreifen, also viel Glück. Ich muss gerade erst mal wieder aus dem Schrank kommen. Dieser Punkt, wie der jetzt vorbohlen ist. Ja, das ist so lustig. So smooth. Und weg. Geschafft. Sehr schön. Die Tür aufmachen, weil ihr die Tür zugemacht habt. Das waren wir nicht. Aha. Also ich war es nicht. Und das stimmt. Jo. Warte, 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 warte. Äh, warte, hab ich, hab ich, hab ich, hab ich Phantom. Jetzt hab ich Phantom. Das war jetzt auch mein Punkt. Ja. Ich hab nämlich noch. Aber ich hab. Gut, dann drücken sie den Knopf. Das Phantom. Der Opa. Daaum. Es lebt in dir. Fuck, jetzt hab ich nen Ohrwurm. Das ist aber ein schönes Lied. Glückwunsch. Ja. Ja, ich mach das Lied auch, deswegen hab ich den ja als Ohrwurm. Also ich mein, es ist gut, wenn's lieber die Variante ist als Variante Umbrella. Immer wieder den Ohrwurm. Umbrella von, von, von Dingens, wie heißt's so? Von Rihanna, ja. Oh. Ja. Die einzige Variante, wie ich dieses Lied ertrage, ist, wenn Tom Holland als sie tanzt. Oh ja. Fuck. Ja. Drück breit. Danke. Mal. Warum soll ich das drücken? Jedes Mal, wenn ich auf unser Dock-Formular drücke, taucht irgendeiner im Van auf. So, Foto vom Geist, Räucherstäbchen. Du musst doch mal ein Ein-Mitar-Bild von vorhin mit euch teilen. Ruzifix. Oh. Ich hab sehr gelacht. Macht das doch richtig. Und die Heile ist mit uns. Ja. Ich hoffe, es verstört euch genauso wie mich. Naja, ich glaub ausnahmsweise nehme ich mal direkt in Taschenlampel mit. Okay. Ruzifix, Foto. Was? Reicht ein Stäbchen. Nancy, Taylor. Sowohl als auch. Was, was reicht mir als Reaktion? Nancy, Taylor. Ja. Ja. Kamillentil. Ja. Kamillentil. 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 Ich hab mich grad eckig gelacht, ey. Oh. Ja. Amarok, was hältst du denn von Schwengelchen im Glas Tee? Warte, lass mich gucken. Kamillentee. Kamillentee. Schwengelchen im Kamillentee. Äh, ist gut für die Haut. Wieso ist mein Kopf im Tisch? Und wow, ist mein Hals lang. Jetzt seh ich das Foto zum ersten Mal. Ich glaub, das nehm ich als YouTube-Titelbild für das Video. Thumbnail. Seid ihr eigentlich schon drin, oder? Nö. Nur, ich bin grade bei der Tür angekommen. Okay. Ich bin drin. Okay. Bin ich schon drin? Nancy Taylor. In it to win it. Ach Gott, der gute AOL-Slogan. Mit Boris. Ja. Und ich bin alt, deswegen weiß ich sowas. Immer mein Zeichen. Nancy Taylor. Oh. Nancy Taylor. Oh, er hat nur eine Tür. Eins, zwei oder drei. Nancy Taylor. Nächste Chance. Gib mir ein Zeichen. Ich hör nix, wenn der Fuchs so brüllt. Nancy Taylor, gib mir ein Zeichen. Ich hatte hier so zwei, dreimal ein bisschen Ausschlag auf dem Lautstärke-Dings. Ja, dann solltest du dir Seil beholen. Es ist schön, dass dieser Gag auch nie alt wird. Ja, ich hab den letzte Woche auch schon gemacht. Na, hat keiner reagiert. Haha. Wie nett. Hihihi. 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 Wir sind alle so doof. Schalte ein Licht an. Gib uns ein Zeichen. Nancy Taylor. Also erinnerst du dich an die Wassermelonenkerne, die wir zusammen beim Asia-Markt gekauft hatten? Ja. Sie sind immer noch nicht leer, weil man so lange braucht, sie zu knacken. Ähm, war einer in dem Raum direkt gegenüber von der Treppe rechts? Ja. Okay. Ja, weil der oben war und ich da nicht drin war, deswegen... Ja, aber ich war ja hinter dir und bin dann hochgegangen. Ich wusste nicht, dass du hinter mir warst. Ich geh immer rechts rein, Schnucki. 0,4. Möchte vielleicht jemand mal unten links in den Trakt kommen mit einem Thermometer? Weil ich glaube, hier ist was. Hier hat zumindest jemand ein Licht angemacht und ich war es nicht. Kommt von der Thermometer runter, dann bin ich gleich da. Oh ja, hier ist auch eine Tür. Okay. Also hier irgendwo unten links. Tür ist es nicht, nicht, nicht so unnormal. Bin auch gleich da. Ja, mein kleiner Sturzkampfbombe. Na, liegt's auch noch? So, ich bin bei der Treppe. Mhm. Kommen Sie mal mit. Ja, Chef. Also hier vorne links ist Licht an. Da könnte man mal gucken. So ein Dach, ich weiß nicht, ob sie es wussten. Aber hier sind 13. Aber hier sind 13. 11 Grad. Okay, ist doch schon mal gut. Dann mach ich doch mal Licht aus. Und dann auch. Was haben wir denn da? Wo bist du? Da hat die Tür zugemacht. Wie alt bist du? Wo bist du? Wo bist du? Wo bist du? Wo bist du? Wie wird sagt der? Ich weiß es nicht. Was möchtest du mit uns machen? Okay, gut. Ich geh. Okay. Ich glaube das Kill war etwas deutlich, oder? Nene, sie hat Hate gesagt. Ach, okay. Zumindest ist sie talky, das ist doch schon mal nett. Joa. Wenigstens hat sie mal auf die Frage geantwortet, wie alt sie ist. Frag sie mal bitte, ob sie haßlich ist. Das kann der, denke ich, machen. Das mach ich gleich. Ich möchte einmal wissen, was die auf so eine Frage antwortet. Oh. Oder Hate. Dann geht sie direkt in den Angriff. Nee, das macht sie immer, wenn ich sie frage, ob sie mit mir gehen will. Weißt du noch, Kuka, unsere Two Sessions? Und prinzipiell bei der Frage, willst du mit mir gehen, fängt sie an. Sehr schön. Plopp, plopp und plopp. Warte, ich, ich, ich frag mal, ob sie haßlich ist. Danke. Bist du haßlich? Bist du haßlich? Die reagiert nicht. Wie alt bist du? Bist du haßlich? Ich hab's nicht gehört. Ach nein. Beste Frage, weißt du, aber da will sie nicht drauf reagieren. Ja. Bist du haßlich? Da klingelt das Telefon. Anscheinend, äh, ja. Ja. Der den Telefonjoker benutzt. Das war der Callout. Nee. Was haben wir denn da? Wir haben eine Fingerabdruck. Yes. Mord hat sie schickt. Was war mehr als nur ein Fingerabdruck? Das war ein Iman. Wolltest du mich etwa gleich auch noch betatschen? Sie hat das Licht ausgemacht, die Tür zugemacht, hat sich von hinten mich herangeschlichen und dann hat sie mich angehaucht. Was macht Kiso denn bei dir? Kuka bitte spüre diesen High-File. Der war gut gesetzt. Ja, das muss ich auch so sein. Hast du es auf Tape? Ja. Natürlich habe ich es auf Tape. Oh, da wird sie sich aber freuen. Du hast kein Foto, so weit ich bin entdeutsch von. Ich hatte kein Fotoapparat dabei. Da wird sie sich aber freuen, wenn du das mit ihr zusammen anguckst. Oh ja, wird sie. Hallo Hisu. Hallo Hisu, wir denken an dich. Auch das Offline grüßet dich. Ja. Auch das Offlinechen. Piu, 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 piu. Auch die Videoaufnahme sei gegrüßt. Habe ich den Knopf gedrückt, dass ich auch aufnehme? Ja, ich nehme auf. Das wäre jetzt richtig traurig. Das wäre jetzt sad as sad as sad. So. Was fehlt denn noch? Weiß ich nicht. Das da. Das da. Und... Das da. Jo. Da hatte ja schon jemand mit reingenommen, deswegen habe ich jetzt nur... Wo hat sie denn getatscht? Da mache ich gleich ein Foto. An... Lichtschalter. In my face. An meinem Tralala. Oh. Oh. Erika, ding, ding, dong. Ja, das spielt Tralala. Tralala. Ja, wo habt ihr jetzt? An der Tür, oder wie? Nein, äh, Lichtschalter, wie ich schon sagte. Ja, ich hab's nicht gehört, weil da kam zwischendrin das Tralala. Tralala. I'm sorry. Alles gut. Du bist sorry, nicht Anne? Nee, nee, ich bin sorry. Okay. Das ist die abendlich-weibliche Version von Stief. Ah. Ah. So. Da ist ein Gedillns. Das mache ich auch mal. Gucken. Äh. So. Nancy Taylor. Du bist fett. Sie ist durchs Dotz gelaufen. Dann ist sie gleich so gestört. Dann ist sie gleich weg. Dann haben wir Banshee, Phantom oder Goyo. Alter, wir hatten Fingerdrücke und wir hatten einen Dotz. Und wir hatten Box. Achso, ja, Box hatten wir auch. Dann haben wir ja alles. Oh. Dann ist wieder ein Phantom. Der Opa. Haben wir schon ausgeräuschert? Ja, ausgeräuschert hab ich. Okay. Was fehlt denn da noch? Foto, oder? Foto und Kruzifix. Ja. Nancy Taylor. Komm raus. Du bist fett. Kruzifix sollte drinnen liegen. Haben wir eigentlich schon ein Interaktionsfoto? Nein. Wenn, dann kannst du vom Telefon, dann singelt ja wie doof. Ja. Das hatte ich eigentlich, aber... Nee, das gab irgendwie nix. Obwohl's schön drauf ist. Das ist ein schönes Foto geworden, muss man sagen. Danke. Nancy Taylor. Zeige dich. Oh, ich könnte ja ne Taschenlampe in die Hand nehmen. Ähm, haben wir schon die Kruzis hier drin? Jo. Wo sind die ja... Okay, das ist eins. Echt geil. Äh. Äh, äh, äh. Ja. Gucker? Ja. Ich hab letztens ein Video gesehen... Nancy Taylor. Zeige dich. Und... Und... Hier dieses untere Foto... Hinter dir? Achso. Dieses untere Foto soll angeblich den nächsten Hinweis auf, ähm, ne neue Map sein. Oh, das sieht so nach Camping-Map aus. Camp, ja. Ähm. Wie sollen endlich meine Menschen... Möchte mir jemand die Sicherung nochmal reinmachen? Weil wenn du nämlich oben drüber guckst, oben drüber das Foto ist nämlich... Vielen Dank. Das ist sehr nett von euch. Bitteschön, Frau. Bitteschön, Frau. Nebendran ist ja das Asylum-Bettchen da. Ah, sehr cool. Könnte eventuell sein... Nancy Taylor, zeige dich. Ist schon einer von uns drin? Nein, ich mach Licht an. Ich muss an dieser Stelle noch etwas erzählen, einfach weil ich es gerade so richtig funny finde. Mach. Ich habe aus reinen Interessegründen einmal nochmal dieses You Touch My Tralala-Song gesucht. Jetzt geht das so gut. Es ist großartig, ich weiß, deswegen hab ich's angemacht. Ähm, und ich guck so runter in die Kommentare... Nancy Taylor, erscheine. Und das erste Kommentar ist, I want this to be my funeral song. Ich stell mir gerade vor, wie diese Beerdigung stattfindet. Nach dem Motto, weißt du, ein Mann ist gestorben und dann kommt die Ansage. Und er wünschte sich, dass dieser Song für seine geliebte Ehefrau gespielt wird. Nancy Taylor, du bist fett. Ich touch my dingin though. Und die Kinder dann so beschämt an der Seite. Das war wundervoll, ich würde es machen. Nancy Taylor, zeige dich. Ich übrigens auch. Wenn ich nicht schon auf Tetris festgelegt wäre, dann würde ich es auch machen. Ich werde einfach dem Beispiel meines Vaters folgen, was wir entschieden haben. Aber das möchte ich beibehalten. Wir hatten bei seiner Beerdigung Queen, Pink Floyd und das andere weiß ich nicht mehr. Ich bin Highway to Hell. I'm on the heart. Oh ja, bitte. Auf so einen richtig schönen christlichen Friedhof. Ja. Bitte. Und nur für dich? Ich stelle mich im Sensenmann-Custom. Oh. Ich würde das ja feiern. Oh, Nancy Taylor. Ich möchte an dieser Stelle... Diesen Clip werde ich mir schneiden. Aber ich sollte es jemals zu Beweisgründen geben, damit mich keiner für Pietät loshält. Ja. Wir kommen einfach alle in Sensenmann-Custom. Oh ja. Nancy Taylor. Nancy Taylor. Nancy Taylor. Nancy Taylor. Kann ich dann damit Bahn fahren? Oh ja, ist ja schön. Nancy Taylor. Darf ich als Fuchs kommen? Ja, klar. Viel Spaß. Okay. Das ist meine Hochzeit. Äh, Hochzeitfallen. Es ist sehr lieb, dass du an meiner Beerdigung heiratest. Komm. Meinen nicht vorhandenen reichen Witwer dann, oder wie? Na, ich dachte der Plan ist Jason Mamoa. Hallo? Entschuldigung. Das ist ja noch in der Mache der Plan. Das ist doch der Moment, wo ich ihn dann abkomme. Nancy Taylor. Nancy Taylor. Nancy Taylor. Bei meiner Beerdigung wird dann mein geliebter Ehemann Jason Mamoa, der natürlich sehr um mich trauert, natürlich einen seiner Kumpel auch einladen. Zum Beispiel Stan. Der dann eine meiner trauernden, guten Freundinnen dort sieht und sich denkt, diese Frau muss ich trösten. Ja. Ich verlasse meine wunderschöne andere Freundin nur für mich. Äh, für dich. Nancy Taylor ist tot. Oh. Oh. Sie macht gar nichts mehr. Du hast sie getötet. Oh Mann. Oh mein Gott. Ich hab ja nur gesagt, dass sie fett ist. Ihr Schweine. Ja, okay. Hast ja recht. Jetzt heult sie bestimmt auf Klo. Haha. Mörtel. Komm her. Ja, ich wollte sagen, ist sie jetzt eine maulende Mörtel? Seh, 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 fliege. Also hier ist mein Nix. Oh, you touch my tralala. Mein Ding Ding Dong. Also, äh, weißt, der Titel dieses Videos muss so heißen, ne? Weißt du, you touch my ding ding dong? Nein, mein Tralala. Achso. Wobei der Song Ding Ding Dong, äh, Ding Dong Song heißt. Also. So. Aber ich find, you touch my tralala ist ein schöner Titel. Hahaha. Moment. Okay. Ja, ich hab sie fotografiert. Jetzt müssen wir nur noch... Komm, wir gehen mal in das andere Zimmerchen. Es ist sehr schön, ich seh grad auf Twitter, äh, Fischkop hat gepostet. Ich habe grade zwei Stunden lang alles probiert, um mein Handy, äh, zu reparieren, weil zwei Storys nicht gepostet wurden. Mit so einem Screenshot. Großer Ausfall. Whatsapp, Facebook und Instagram nicht erreichbar. Hm. Oh nein! Haha, Fischkop. Geht das nicht von der Durre? Das ist sad. Wie ist es nach zehn Minuten, google ich doch mal... Hammer Rock? Ja. Ich geh mal in das, ähm, Zimmer auf der rechten Seite. Ja, ich bin da grade hin unterwegs. Um ein bisschen... Ja, deswegen warte ich noch, bevor ich reingehe. Achso, du kannst ruhig schon. Um... Um ein bisschen Sanity zu droppen. Mhm. Damit wir hier... Genau. Mal Prozifix auslösen. Wie viel Sanity haben wir denn noch? 60 aktuell, äh, mit 70 und 77 sind Kuka und Jen die am höchsten. Ich bin bei 68 und du bei 14. Kann ich ja fast nichts mehr beitragen. Los, schiebt euer Arsch hier rein. Ja, Chef. Ah, jawoll, Boss. Ne? Hä? Ich hoffe, ihr habt einen EMF angelassen. Gott, warum ist das schon um neun? Ich nehm mal einen mit. Aber nicht bei uns, Bucks. Nein, ich schmeiß ihn einfach in die Flur. Ich schmeiß ihn einfach hier vorne in den Flur, dann hören wir's ja. Du meinst, bevor sie uns dann killt? Ja. Also Amarok auffrisst. Mich frisst keiner. So, ich hab ihn mitten in den Hauptflur geschmissen. Mein Gott. Und jetzt schon mal wieder... So geil, dass der Schlüssel da reingeklebt wurde. Oh mein Gott, ja. Die Tasse nicht süß, Anne. Die ist großartig. Guck mal, ja. Nina hatte mir die Funk geschickt und ich denk so, ja, die braucht Riedel. Unbedingt. Was ist denn eigentlich alles hier drin? Du? Ich? Du und ich. Hups. Was? Wo bist du? Vorne in einem Klassenraum beim Haupteingang. Auf der linken Seite. Da, wo wir sind. Warte, ich guck mal gerade. Also wenn ich vor dem Gebäude stehe, bin ich rechts. In der Mitte. Rechts in der Mitte? Achso, du bist in der Bibliothek oder was? Nee, eins weiter. Aha, okay. Ich hab mir der Bibliothek immer keine schlechte, äh, keine guten Erfahrungen gemacht. Aber das war nicht. Da ging nur die Tür? Das war mein, äh, war ich. Ich bin wahrscheinlich mittlerweile eh auf 0% Sanity. Punktingphase müsste gerade vorbei sein. Was hat sie gerade gejagt? Nein. Oh. Die Tür ist zumindest noch offen. Der Mond. Klick. Ja, eure Tür. Telefon. Ja, ich bin schon auf 0%. Warum war das Telefon so laut? Keine Ahnung. Seitdem Facebook und WhatsApp down sind, ist die Impfquote um 20% gestiegen. Wenn's doch nur so werden. Mhm. Aber das mit dem Prozifix bringt nix. Nö, klappt nicht so mega. Das hat sich halt weiter... Jetzt hat's Gruzifix ausgelöst. Oh, cool. Ja, dann hat das geholfen, dass ich in den Flur gelaufen bin. Äh, äh, bleib drin, Gucker. Okay. Geholfen, dass ich in den Flur... So, also wir sind wieder über 70% äh... Ah, stimmt, sorry. Hat er Pillen gefressen? Ja, ein Gucker. Hm, die lacht voll. Jagd ist vorbei. Okay. Aber im Grunde genommen ging's los, als ich kurz vor der Tür war. Ja, ja, ich hab's gesehen. Ja, stimmt, man hat die Docs auf der Karte gesehen. Deswegen hab ich ja zu Gucker gesagt, sie soll wieder zurück. Die muss gerade angefangen haben, wo ich Pillen gefuttert hab. Ja. Aber das Lachen war schon eklig. Hab ich leider nicht gehört. Das Lachen? Ich hab auch nicht. Das war so... Aber so ein leicht verzerrtes, kinderartiges Lachen. Cool. So, hab ich den schon... Ich glaub, ich hab noch nicht eingeloggt. Äh... Vor allem, ich find's irritierend, dass ich es gehört hab, aber wohl nicht, obwohl ich ja eh in den Stream gucke. Ja, aber vielleicht hörst du auch einfach... Vielleicht hast du den Stream lauter gestellt, als ich das Spiel bei mir anhab. Vielleicht. Alle eingetragen? Jupp. 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 So. Sehr konsistent heute. 160 Dollar verdient in jeder Runde. Hm. Nice. Möchte Anna auch mal eine Runde mitmachen? So. Äh, ich würd tatsächlich erst mal draußen bleiben, weil ich grad einen Run habe, was das Motiv hier angeht. Okay. Okay, äh, weil für mich war's das jetzt gerade... Ach so, wenn wir ein weniger lernen... Ein Level machst du noch. Nee, ich kann nicht mehr. Ein Level? Ich hatte bis 9 Uhr heute geplant. Und das zieh ich durch. So. Okay, okay. Dann, 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 äh, ich komme. Das ist nett. Dankeschön. Ja. So. Au. Au. Ciao.